Freunde, es wird immer schwieriger. Immer härtere Aufgaben und immer noch mehr fiese Gegner. Aber das macht das Ganze doch so geil. Hey guys, euer Endsmash wieder hier am Drücker mit einem neuen Part von Splatoon 2 Auto Expansion. Puh, ja, im letzten Part, ja, hat dies eigentlich schon angekündigt gehabt, ein Bosskampf sollte uns dort erwarten. Der allerdings doch nicht vorkam, aber dann später doch irgendwie. Naja, alles ganz verwirrend. Jedenfalls im letzten Part gab es einen kleinen Bosskampf. Zwar etwas recycelt, aber umso fieser. Und mal sehen, was uns heute noch so erwartet. Auf der liedernden Linie. Konzentration, bitte. Tricksweg. Das klingt schon wieder, naja, sehr krass. Ach du meine Güter, ich muss hier mit Snipern arbeiten. Nehmen wir mal den T-Tuber. Und... Wuuuuh. Zeige dein Können auf dem Weg zum Ziel. Ja, was für ein Können? Was für ein Können denn? Hallo? Was wollen die bitte von mir? Ja! Ach du meine Güter. Ach du meine Güter, ey, was... Ich hab so eine böse Vorahnung, was die von mir wollen. Ich muss da oben irgendwie stehen bleiben. Wenn ich es hinkriegen würde. Ach, come on, Mädel. Ich kann da nicht stehen bleiben. Nein! Oh, ich hätte es fast gehabt. Mist. Mist, 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 Mist. Ja, komm, ich hab das Ding getroffen. Das musst du doch fehlen. Also, geht doch. Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie coole kettenreaktion stehe direkt vor dir und du triffst mich nicht schande über dein haupt ich hab's geschafft irgendwie cool wie ihr die farbe da im hintergrund so lang gezogen wird ich hier den chaos machen muss gut eigentlich nicht aber egal los rüber was soll das so tatsächlich sagt sagt und sagt und dort neben geschossen ich bin doch so ein hast geht doch meine güte warum nicht gleich so muss ich denn immer erst sterben bevor ich das ziel erreiche antwort ja gut das wohl vermutlich letzte level für die lila linie mit ferse durch die ringe düßweg erreiche mit dem düßer das ziel darf ich hier wieder im jetpack action machen ich könnte es ja lustig werden und hier we go und im hintergrund ist wieder ein gameboy auch wie schön ein gameboy ein riesen gameboy ist jetzt alles noch ganz ok 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 ganz ruhig bleiben smashy und los wie du mal weg nervst und go zwei hola oder dir wald fear super letzter checkpoint du gehst weg du gehst weg du gehst weg du gehst down und du gehst down was ist da hinten das werde ich mir jetzt bestimmt nicht holen ja komm spritzig aus jetzt müssen wir auch noch hier runter hier runter segeln ja das level das war eigentlich auch ganz easy aber nicht jedes level muss gleich hardcore sein oder sehr gut und wir haben eine weitere linie freigeschaltet sie haben diese linie entdeckt sie sind sie wird nun im streckennetz angezeigt deckung an der linie wir haben eine neue linie entdeckt und sogar eine linie komplettiert was du hast ein drittes kompletten set du überraschst mich das meine ich ernst meine gefühle drohen mich zu überwältigen wow so wow wow das nenne ich meinen fischkopf so mein guter geselle das komplette set erzählt eine interessante geschichte was ich gebe dir etwas für die träume die ich sehen durfte etwas für das land da oben oktokammstiefel neo erhalten ein oktopus der nicht träumt ist nur ein oktopus das war doch poetisch äh poetisch wird der junge hier komm, gib mir die belohnung 1500 nicht schlecht nicht schlecht ähm ich will aber mal was gucken hier diese komische geschichte erzählen die dinger wirklich so eine geschichte bekämpfe den feind bekämpfe ihn bis zuletzt doch sind wir nicht gleich ein pinkes blitzen ich spüre nur dein lächeln in meinem rücken mein blick ruht auf dir dein licht bedeckt den boden doch nicht mehr für lang farbspritzer ringsrum ein fehlschuss schüttelt bäume sommer wird zu herbst augen wie saffier blick auf das so weite meer wie mit zielfernrohr zu neuen ufern meine welt eine falle ist das schon verrat tentakel am kopf ergänzen perfekt das blau der dicken lippe roter wirft schatten beim picknick zur mittagssonne ein salut für dich lass bomben fallen der rist ergibt sich von selbst doch ist das dein ernst du entgleitest mir gibst vor mich nicht zu lieben zeigst nicht dein gesicht gehst deinen weg zahlst dafür gern jeden preis auch mutters tränen nur dein stempel zählt bis du mit vollem eifer dran fällt auf die schnauze am sternenhimmel patrouillierst du das raumschiff machst alles lila ein stern blitzt kurz auf ergibt hoffnung auf den sieg besser schnell handeln das tiefe meer gingst du ganz ohne abschied wenn einen nur da muss ich wieder niesen sorry der hammer verblasst du zeigst mir dein feuerwerk aus nächster linie ja gut ok ja ich wollte einfach mal lesen was diese komischen dinge da jetzt genau zu bedeuten haben naja gut wir machen bei der grünen linie hier weiter weil wir ja schon ein bisschen was angefangen haben was haben wir hier es geht aufwärts zwits hügel besiege alle gegner ich bitte dies zu entschuldigen meine nase läuft das ist ekelhaft ok ich nehme mal den schwopper den schwopper den hatten wir hier glaube ich auch noch nicht so im einsatz gesehen achte meine gute 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 ihr kollegen habt euren spaß da kommt hier ihr stinker die sind alle aufgestürzen wiii oh gott jetzt noch so so ein splattling typ äh lasst mich doch in ruhe ich komme in frieden um euch zu zerstören weg hier ist der nächste du auch tschüss jetzt nur nicht übermütig werden komisch kaputt danke lol das ist jetzt echt nur so ein schuldschild das ist okay komm geh einfach weg ok was ist das ding hier na und gehen wieder zurück ok jetzt habe ich die freie auswahl ich gehe da lang ja ha hallo freunde tschüss freunde woops 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 ola wollten doch wohl nicht etwa wehtun du gehst mal zuerst weg gut der ist weg Gott ey ihr Typen hm ihr seid ja auch lustig uaaaah uaah uaah Gott entdeckung uaah uah 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 ist so eine kleine konzentrationsarbeit hier wer ist hier besser er hat das größere durchhaltungsvermögen der schild ist down Du bist auch down. Okay. Der Typ da oben, der nervt hier ein bisschen. Deshalb, tschüss. Ähm, waren das alle? Sieht so aus. Keinen vergessen. Hoffentlich. Ei, 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 das war ja was. Okay, das wird lustig. So, macht das Spaß. Und, und. Boah, wunderschön, wunderschön, wunderschön. Du, Kollege, du nervst auch. Ist weg. Fand ich echt sozial, dass man hier so krass die Waffen bekam. Oh, als Unterstützung. Sehr gut. Ich dachte schon, wir müssen hier mehr oder weniger nackt gegen diese Typen da kämpfen. Aber nein. Wir haben es mal wieder geschafft. Sehr gut. Wir machen enorme Fortschritte. Ein Level machen wir noch. Lass dich nicht hängen. Zugpunkt Garten. Ich soll mich nicht hängen lassen? Gut. Ich hab's mir schon gedacht. Was ist jetzt diese komischen komischen Dinger da kommen? Hör. Geh mal weg da. Ich wollte gerade sagen, die treffe ich so nicht. Aber die können mich treffen. Fuck. Okay. Ein bisschen schnelleres Reaktionsvermögen ist angesagt. Ist weg. Fenster. Der ist weg. Gibt es den da auch noch? Bestimmt. Oder? Oh Mann. Tschüss, Baby. Der ist weg. Wo kann ich als nächstes hin? Ist das? Ja, kann ich. Ich erreiche die von mir nicht. Verdammt. Ähm. Ja, gut. Komm. Spritz dich aus. Das ist ein guter Typ. Ja. 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 Ich krieg ihn von hier aus nicht. Okay. Ach du, meine Güter. Lass mich nur... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du, meine Güte, ey. Irgendwie muss ich da hoch. Lo, da oben ist ja noch einer. Da oben war mal einer. Oh. Oh, fuck, alter. Voll im Feuer, ey. I'm on fire. Ja, komm. Regenerier dich wieder. Meine Güte, ey. Okay. Pfff. Ja. Ja. Ähm. Ja. Hier links. Woopsala. Oh. Stürb. und tschüss oh Gott ich dachte schon ich wäre runtergefallen aber einen konnte ich erledigen komm regenerier dich spannend hier sag tschüss da ist noch einer sagt auch tschüss irgendwo ist noch einer aber wo das ist die große frage halt da unten alter ist das fies dann bringen die echt einfach mal da unten rum shit noch einen aber wo ist er wo ist er wo versteckt er sich da oben gucken dass ich irgendwie da hinkomme so Kollege Schnürschuh dich mach ich kalt so kalt boah wie fies ey der wusste gar nicht wie ihm geschieß ey voll von hinten angeschlichen richtig nahm in der Sniper dreht sich um dann bräuchten wir wohl nur noch drei level hier auf der grünen linie zu machen dann haben wir das auch komplett aber ich würde sagen wir beenden den part an der Stelle und ja wie immer komm ich das das sind großen typen doch so wie immer hoffe ich dass es euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten video wieder mit dabei seid und denkt daran immer schon zocken ciao